Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Ich hätte ja fast vergessen, dass ich für den Tag morgen ja auch noch ein Part brauche. Deswegen muss ich heute natürlich doch nochmal ran. Ich hatte ja im letzten Part erwähnt, dass das jetzt mehr oder weniger noch am selben Tag aufgenommen wurde, wo du rauskamen. Hat doch alles geklappt, alles schick und schön. Aber morgen soll schließlich auch wieder ein Part kommen und da bin ich ja wieder arbeiten. Da kann man ja nicht am gleichen Tag aufnehmen. So, okay, also im letzten Part haben wir das Gummensiegel erhalten, mit dem wir jetzt irgendwie die Elendsruinen betreten können, wo wir wiederum das Element des Windes finden. Das ist ja immer noch unsere Aufgabe. Ich habe mal jetzt offscreen hier so versucht zu gucken, was das da links hier soll. Also weil hier, seht ihr ja, alles cool. Aber da kann ich halt nichts machen, da passiert halt nichts. Also ich komme da zwar mit Mühe und Not irgendwie hin, aber da passiert halt nichts. Und ich vermute mal, dass wir jetzt hier irgendwie eine Fähigkeit bekommen, bald, mit der wir dann da auch irgendwas machen können. Keine Ahnung. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, wofür das gut sein soll. So, das fragt man, tagen wir schon alles. Hier haben wir ja auch schließlich noch hier so eine Barrikade, ne, die wir irgendwie vielleicht mit dem Ding da oben öffnen können. Ich weiß es nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt kommen wir da aber scheinbar nicht ran. Blöd ist jetzt auch, dass wir immer noch in der Situation sind, keine blaue Energie mehr zu haben. Ja, doch. Sehr schön. Oh, das ist sehr schön. Oh, cool. Glück gehabt. Und somit... Komm schon, ey. Willst du nicht mal kaputt gehen? Sehr schön. Hat uns sogar noch helfen. Und jetzt haben wir sogar... Das ist ja mal cool. Dann machen wir hier mal ein Save. Perfekt. Ah, das ist... Das ist so fies. Das ist fies! Ah, wo soll ich denn... Wo soll ich mich denn jetzt noch zurückziehen? Oh Gott, dieses Spiel manchmal, ne? So geil wie es ja auch ist. Es ist hart. So, stimmt. Die Glubbe. Wie machen wir das jetzt? Machen wir hier nochmal ein Save? Ja, komm. Hat man hier rechts schon geguckt? Was war denn da eigentlich? Hier war nischt, okay. Alles klar. Sieht trotzdem irgendwie so aus, als wäre da was. Aber, naja. Schauen wir doch mal hier. Da oben ist ein Schalter. Dude, das war nicht clever. Ach, jetzt habe ich total geträumt. Das ärgert mich jetzt so doll, dass ich mich töten lasse. Wir können dem Vieh ja hier so ein bisschen ausweichen. Ach stimmt, hier sind wir gestorben, glaube ich, letztens, ne? Im letzten Part. So, hier brauchen wir jetzt aber definitiv unsere Stampfattacke. Der komischerweise jetzt gerade nicht eingesetzt hat. Ist ja auch egal. Und wir brauchen auch definitiv dieses Vieh, um das da zu hauen. Komischerweise. Okay, alles klar. Moment. Sehr schön. Alles klar. Also brauchen wir das Vieh doch nicht. Alrighty. Wow, da ist er ja immer noch. Blödkopf. Boah, ey. Der spawnt ja immer noch. Oh, das ist... Ah! Wenn man immer drin ist, also... ...nicht mehr drin ist, besser gesagt, dann wartet. So, alles klar. Aber dich brauchen wir jetzt hier nochmal. Danke. Und ciao. Gut, dann mache ich jetzt nochmal ein Save. Mann, ich würde so gerne mal wieder richtig viel blaue Energie haben. Ich habe ja wirklich eigentlich gedacht, dass... ...dass blaue Energie so gar kein Problem mehr für uns sein wird. Und andere von euch in den Kommentaren ja auch. Aber... ...das ist halt doch ein bisschen knapper. Ich gehe jetzt erstmal hier runter, weil wir wollen natürlich... ...dit hier haben. Wie können wir dit da unten eigentlich zerbrechen? Ja, hier kannst du nicht hüpfen. Wie können wir dit kaputt hauen? Achso, jetzt sägt... ...das versteht jetzt erst, okay. Aber du musst doch hier irgendwie... ...kaputt gehen. ...naja, ist ja auch egal. Was kann man denn hier schön mit? Mhm. Interessant. Ach, komm. Na toll. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja zum Glück gespeichert. So, alles klar. Ich überlege ja fast, ob ich jetzt nochmal speicher. Ja, komm. Was soll's. An so Stellen, wo man halt mehrere Versuche braucht, ist es halt einfach... ...blöd, wenn man denn jedes Mal wieder Gegner killen muss. Also ich bin hier ja sowieso, da kommen wir nicht drum rum. Oh, der lässt uns leider nicht in Ruhe. Also wir brauchen ja definitiv dieses Vieh irgendwie. Ich meine, wir könnten's auch einfach ignorieren, ne? Würde natürlich auch gehen. Ah, verdammt. Ich glaube, das würde was bringen, wenn das Vieh darin rollen würde, oder? Ich meine, da geht ja eindeutig irgendwas kaputt zu machen. Hm. Au. Och, blöd. Ah, das war auch blöd. Ja, nee. Scheiße, ey. Irgendwie muss ich, glaube ich, gerade erstmal aufgeben. Weil mir jetzt gerade keine Methode einfällt. Außer die vielleicht. Okay. Aber ich will erstmal nochmal sterben, weil wir schon ja viel zu viel Energie verloren haben. Ist zwar ein bisschen mogeln, aber... So bin ich halt. Ah, okay. Gut. Aber ob das funktioniert, ist natürlich wieder eine andere Frage. Weil der halt blöderweise kaputt geht. Ich scheiße jetzt erstmal drauf. Sorry, Leute. Will er heute noch ein bisschen vorankommen hier. So, einen Fähigkeitenpunkt haben wir auch. Sehr schön. Und somit auch wieder alles voll. Dann mache ich jetzt hier auf jeden Fall einen Save. Hm, erstmal hier hin. Ah, das ist ja so ein Assi-Vieh. Ach. Das hat mich jetzt doch ein bisschen erschreckt. Okay, die Dinger können wir nutzen. Ah, hier sind wir ja schon. Okay. Gut, ich will natürlich erstmal noch den... ...den anderen Bereich da abchecken, wo wir noch nicht jetzt waren. Zack, mitgenommen. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen Fähigkeiten, Energie, Punkte, wie auch immer. Ah, okay. Aha. Warum sollte man das hier zum Einstürz bringen wollen? Hm. Egal. Erstmal. Können wir hier runter? Ja. Ist wahrscheinlich kalt, Uri, aber das hältst du schon aus mal kurz. Wertvolle Fähigkeitenpunkte. Gut, na dann würde ich mal sagen, zurück zum Hauptweg. Fucht, zack. Genau, alles klar. Dann können wir hier nochmal gleich safen, ohne Energie zu verschwenden. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Einst üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Jene, die nicht entkamen, bezahlten mit ihrem Leben. Ich glaube, da hat der Not-Kumban da recht, ihr habt in den Kommentaren, dass uns jetzt hier wieder so eine Art Mini-Dungeon erwartet. Mal sehen. Dann setzen wir das Guburn-Siegel ein. Betreten. Geil. Echt cool. Elendsruinen. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein. Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruin zu ihrem Grab. Ah, jetzt erkennt man es auch. Okay. Alles klar. Ja, also ist es wirklich so, dass man jetzt im Grunde drei Dungeons hat, wo man jeweils das Element bekommt? Ein bisschen Zelda-mäßig. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier so für Rätsel lösen müssen, beziehungsweise Fähigkeiten erlernen. Okay. Erstmal safen, wie immer. Gibt natürlich auch wieder mehrere Wege. Da geht es scheinbar irgendwie noch hoch. Aber wir folgen erst mal diesen. Oh. Oh. Okay. Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Seht ihr dieses Lichtgefäß an? Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Ja, und nun? Jetzt kommen wir hier rüber, oder was? Tatsächlich. Aber was bringt uns das jetzt? Okay. Das war abzusehen. Also scheinbar sind diese roten Dinger gefährlich für uns, aber durch dieses Licht hier können wir da drüber laufen. Also zumindest schaden uns jetzt ja hier auch die Plattformen nicht mehr. Na, mal gucken. Gehen wir mal hier weiter. Benutzt das Lichtgefäß, um die Gumon-Strukturen zu aktivieren und zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Aha. Alrighty. Aber in dem Fall... Aua. Also ich muss es definitiv in der Hand halten, alles klar. Aber jetzt muss ich es ablegen. Warte mal. Ja, gut. Das war mega gut. Einmal mit Profis. Ich habe noch nicht so ganz geschnallt, wie das funktioniert. Also beziehungsweise, was sie jetzt von uns wollen. Wie es funktioniert an sich schon. Klar, hier. Zack, wir können rüber laufen. Alles nice. Aber was ist jetzt hier? Ich meine, ihr könnt es jetzt fallen lassen. Okay. Mach ich jetzt einfach mal. Verdammig. Verdammig. Gut, aber ich denke mal, so in etwa soll was machen. Dadurch, dass das Licht ja immer bei uns bleibt. Das Lichtgefäß. Das sind ja alle ja kein Ding. Boah, nicht diese Viecher wieder. Okay. Natürlich erst mal safen. Wir werden richtig darin gesogen. Also solange wir das Lichtgefäß in der Hand haben, ist das, als würde die Gravitation anders sein. Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist wie so ein Magnet. Ich drehe gerade mir den Kopf, müsst ihr euch vorstellen. Und das ist halt wirklich... Ah, das ist... Versteht ihr? Also dann... Die Gravitation wird dann sozusagen auf diese Strukturen hier von den Goomorn umgelenkt. Und jetzt muss man den Kopf neigen und dann haben wir unseren 2D Jump'n'Run Bonus. Ah! Modus, mein Ding, natürlich. Jetzt muss ich es halt nur noch schaffen. Das ist natürlich auch mal eine interessante Art und Weise zu Let's Playen. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Na. Ah! Jetzt wollte ich es gerade fallen lassen. Oh, hat er jetzt sogar. Ärgert mich jetzt natürlich wieder ein bisschen. Aber ist egal. Dadurch, dass wir mit jedem Speichern... ...wieder Energie dazugewinnen, geht das ja immer noch. Mich würde mal interessieren, ob wir das jetzt einsetzen könnten. Nee, leider nicht. Wir müssen es halt wirklich richtig aufheben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, warte mal. Okay. Okay, ja, mal kurz. Jetzt hat er das irgendwie nicht umgelenkt, komischerweise. Ich verstehe jetzt irgendwie nicht. Jetzt macht das. Achso, man muss wahrscheinlich wirklich über so ein Ding hier laufen. Zack. Damit man jetzt hier oben ist, sozusagen. Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt... Jetzt macht das auch alles Sinn. Ja, komm her. Beziehungsweise, geh weg. Jetzt hätte ich auch... Tricky. Ich drück jetzt nach rechts und der geht nach links, ne? Krass. Geil gemacht. Ey, die lassen sich... Achso, okay. Achso, okay. Wir müssen also wirklich von hier unten anfangen, damit wir jetzt erstmal wieder in diesem Modus sind. Ja, ist krass. Die lassen sich immer wieder was Neuheit einfallen. Finde ich ja eigentlich immer am spannendsten, wenn Spiele so... auch nach längerer Spielzeit immer sich wieder neu erfinden, beziehungsweise innovativ bleiben und abwechslungsreich. Okay. Also diese Monster, die hasse ich wirklich auf den Tod. Na, komm. Komm schon. Und ciao. Vielen Dank. So, okay. Weiter geht's. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ach, verdammt. Ja, scheiße. Ich würde am liebsten auf die Spinne scheißen, aber geht leider nicht. Die würde uns jetzt zu sehr auf den Sack gehen. Na, komm. Boah, jetzt verfehle ich die auch immer noch, ey. Blöd. So, jetzt aber. Dann speichere ich jetzt nochmal. So, gut. Ah, okay. Die gehen ganz runter. Alles klar. Sorry, sorry, sorry. Ah. Gut, alles klar. Oh, oh. Scheiße, hab ich nicht gesehen. So, okay. Ist natürlich praktisch, dass das Gefäß immer mitkommt. Ah, ist schon wieder mega interessant. Also, ziemlich cool. Ganz anders wieder als im Baum, im Ginso-Baum. Okay, wie, was wollen sie jetzt hier von uns? Vor allem, was solltet da oben, diese Dinger? Also, dieser, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, da oben ist ja ein Fragment, sehe ich gerade. Okay. Okay. Gut, dann verstehe ich jetzt doch. Ist aber leicht zu übersehen. Zumindest für mich. So, okay. Dann müssen wir jetzt hier wahrscheinlich ablegen und dann schieß mal. Sehr schön, wunderbar. Und dann machen wir hier nochmal ein Save. Und dann haben wir das zumindest schon mal weg. Ach, die Mucke auch schon wieder. Musik natürlich pro Part eh mal erwähnen. Jetzt wieder so eine andere Variante des Hauptthemes. Beziehungsweise ist es ja eigentlich der Geisterbaum-Theme, würde ich jetzt behaupten. Schon wieder fast tot. Sehr geil. Weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Ach, ne. Wie macht man denn das jetzt am besten? Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss den Part auch jetzt wirklich gleich beenden, weil... Weil es wortwörtlich schon wieder kurz vor zwölf ist und... Ich gerne auch rennen muss und so weiter, damit das alte Morgen auch passt. Och, was war denn das jetzt? Habe mich irgendwie nicht getraut, dann aber doch und naja. Gar nicht so leicht. Ich habe noch nicht so ernst geschnallt, was sie jetzt von uns wollen. Also bis hierhin ist ja erstmal alles klar. Wir sollen hier ruf, ne? Alles kein Ding. Und denn? Wenn wir was ablegen, verschwindet sie ja nicht gleich. Das heißt, wir gehen erstmal noch auf hier. Dann legen wir was ab und dann jumpen wir rüber. Okay, alles klar. Und ja, was wir jetzt damit bezwecken könnten, hier lang zu gehen? Wiesig allerdings nicht. Ach so, so könnten wir wahrscheinlich das Fragment holen. Und das war wahrscheinlich der vorher gesehene Weg. Und ich habe es jetzt halt einfach nur ein bisschen anders gemacht. Ja, logisch. Okay. Na gut. Dann haben wir uns das jetzt einfach mal gespart. Dann haben wir das nicht als Hindernis gesehen, die... ...attacken da von dem Vieh, sondern... ...sondern zu unserem Vorteil nutzt. Und da oben ist auch schon das nächste Fragment. An welches wir natürlich rankommen wollen. Das Problem ist, wir müssen immer erstmal... ...auf stabilen Boden sein. ...um mit aufheben zu können, das Lichtgefäße. Wir können das nicht mitten in der Luft. Einfach aktivieren. Deswegen gehen wir auf jeden Fall erstmal hier lang. Machen mal hier einen Save-Point. Und an dieser Stelle ist der Part, wie gesagt, leider jetzt erstmal vorbei. Wolltet ihr jetzt hier eigentlich sonst nicht abbrechen. Aber... ...ja, ich bin wirklich mega gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Und was hier vielleicht noch für eine Fähigkeit für uns versteckt haben. Wir können immer auf die Karte gucken. Naja, viel ist natürlich noch nicht zu sehen. 36 Prozent, alles klar. Wir haben auf jeden Fall schon über 50 Prozent des Spiels an sich erreicht. Was jetzt aber auch keine große Überraschung ist. Wir haben drei Elemente. Eben haben wir schon. Bei dem zweiten sind wir dabei. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Part von Ori and the Blind Forest in den Elendsruinen. Bis dahin. Und tschaußen. Musik